hallo und herzlich willkommen zurück zu Gears of War 4 die Beta ich immer noch schlecht unterbuckelt gerade ein bisschen und sieht doch ein bisschen blöder aus ich weiß auch nicht ob ich den Schaden drücke oder nicht so die Sache die mich irgendwie natürlich drauf wow WTF gar nicht gesehen nur gehört schade ja ja ist ja kacken warum steht er da auf kacken warum will mich mal interessieren da ok ich will mal keine ahnung warum ich mit einer B treffe das war rein rüttelnd das ist gut boah WTF Alter bin ich zu inkompetent das Spiel zu spielen controller heftig ey zu behindert die rippen uns aber auch keine erfahrungen im spiel ja jetzt zum beispiel der 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 rund rotz dir rein ja 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 Ein bisschen Schaden geteilt. Wow. Vielleicht habt ihr noch gekillt. Jetzt haben wir Round 2 auch verloren. BTF. Das ist ein Team. Ich habe ein Kill gemacht. Heftig. Schade, verloren. Ja, vielleicht Foundation mal. Habe ich noch nicht gespielt. So stark kann es gehen. Anscheinend ist unser Team auch nicht wirklich das Geilste. Die Gegner also wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin den ganzen Tag nur Gier, weil sie in Amerika hocken und können und dürfen. Finde ich richtig fair. Naja, ist ja auch nur die Beta. Ändert sich vielleicht ja noch was. Aber performance-technisch kann man jetzt schon ein bisschen sagen, das hat nicht so der, wie wir so ein bisschen unrund läuft. Aber naja, das wird sich auf der Xbox ja leider irgendwie nie ändern. Performance kennen wir hier nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die Teams mal gemischt werden, weil entscheidend sind immer nur die ganze Zeit die Guten in einem Team. Aber ich glaube, die bleiben auch so, weil ich jetzt schon zum dritten Mal Mensch bin und nicht diese komischen Eumels. Weil ich finde meine Mütze ganz fresh. Oh, ich habe den einen gesehen. Wow, Arcade-Märmer. Natürlich. Natürlich macht es den nicht, bringt es den natürlich nicht um. Ich mache es immer One-Shot. Die Gegner. Gegner stört halt nicht, weil ich die ein bisschen anpuller. Mann. Die Shotgun, die ist echt nervig, ey. Ich habe noch keinen Kill gemacht wieder. Ich glaube, das spielst nichts für mich im Multiplayer. Ich bin zu kacke dafür. Weil ich verstehe es auch nicht. Vielleicht spiel ich es auch falsch für Ader. Die Charaktere sind für mich ein bisschen zu steif. Guck mal, jetzt leckt es auch. Den Juck hat gar nicht das... Guck mal. Ja, ist klar. Er macht mich wieder mit einem Mag, Alter. Und ich halte drauf. Und ich bin so blöder. Weg, Alter. Ich halte mal noch an. Aua. Das ist echt cool, dass ich den nicht treffe. Ja. Ja. Ich halte mich jetzt mal ein Kill. Ich sehe, hier ist die Person auch zu gut. Ich halte die Schaden. Ich kann auch noch. Den haben wir auch immer mehr ist. Wow, One-Shot. Guck mal, wie der geleckt hat, Alter. Guck's dir an. Achso, das ist ja gar keine Killcamp vorhanden. Schade. Guck mal, der geht nicht platt, er hat ja so viel Leben, ne? Boah, und ich bin so schnell platt. Ah, das haben irgendwie Betas bis jetzt immer bei mir gehabt. Das ist einfach überhaupt voll komisch ist. Und ich mal hier treffe, äh, Damage in die Ahnung. Tee. Ich kann mir ja nur zukommen, bis das letzte Team, bis jeder da tot ist. Was ich nicht verstehe. Eben hat einer elf Deaths gehabt, hat keinen interessiert, ey. Jetzt bin ich dreimal gestorben und darf nicht weiterspielen. Superprinzip. Ausweich habe ich, äh, mir was falsch gemacht, aber... Leben nur noch... Leben nur noch einer. Wie blöd, dass man nur zugucken kann. Oh, jawoll. Nice. Erste Runde mal gewonnen, ey. Aber hinten habe ich einen Kill, einen Down, einen Kill, Revives, keine und drei Tote, wie jede Runde. Ich darf nämlich nur dreimal sterben. Aber hey, ich werde besser, denke ich. Ich werde besser, denke ich. ich freue mich natürlich so schlecht wie ich bin ignoriert erst mal von dem mal wie traf ich die nicht keine ahnung das und bleibt ein mysterium wie man hier muss damit man mal irgendwo mal trifft boah wieder one shot wenn es bei mir man so wer ist ja leider nicht so ich brauch wieder jahre um gegner zu töten wechselt sie nicht so schrott kann ich glaube es auch ich komme auf das geht aber überhaupt nicht klar der herr richtig als alter diese träger spielcharakter mit dem shooter hier wo ich bewege mich erst mal voll langsam damit gemütlichkeit werde nur gerade in die angegriffen von der shotgun hat er mich gesehen er hat aber wie viel schade macht er die haben wir gerade alle gesprengt da ach guck mal da steht jetzt vier leben haben wir noch und die gegner sind noch zu dritt und wenn wir die jetzt alle ausschalten dann haben wir gewonnen aber wir versuchen wir versuchen warte mal die starstrahlung äh ich soll sie gleich von hinten kommen sind sie denn da kommt einer beginnt die jagd los los und wir haben irgendwie gewonnen ich habe zwar nicht wirklich was bei dazu beigetragen aber okay ein kill zwei downs ist jetzt wirklich nicht das geilste wenn man so sieht der ein oder andere mal 15 kills da hat richtig randaliert der junge aber leute das war schon wieder für diesen part wir sind zum nächsten und bis denne